Herzlich willkommen auf dem O2MyService Kanal. In diesem Video stelle ich dir die Mediatheken und die Videothek-Funktion aus O2TV vor. Also los geht's! Starte dafür die O2TV App und öffne das Menü. Der erste Punkt im heutigen Video sind die Mediatheken. Du gelangst zuerst auf die Startseite. Hier gibt es zum einen die Sendermediatheken, wo du Inhalte vieler bekannter TV-Sender auf Abruf jederzeit anschauen kannst. Mein Tipp, nutze zum Stöbern die MeineListe-Funktion. Verschiebe alles, was dich interessiert, in meine Inhalte und greife später darauf zurück. Das zweite sind die Premium-Mediatheken. Hier findest du Filme und Serien, welche auf anderen Plattformen oft kostenpflichtig sind und die über das normale TV-Programm hinausgehen. Als letztes sind da noch die PayTV-Mediatheken. Der Boost für dein TV-Erlebnis. Buche das PayTV-Paket und schalte exklusive Filme, Serien und Sportinhalte für noch mehr Entertainment frei. Diese drei Mediatheken stehen aktuell für dich bereit. Zeitnah wird das Angebot noch um die NewTV-Mediatheken erweitert. Ganz unten kannst du außerdem Mediatheken übergreifend in Kategorien suchen. Für den zweiten Teil öffnest du jetzt wieder das Menü und gehst auf Videothek. Hier findest du die neuesten Filme und Blockbuster zum Ausleihen. Der Aufbau ist simpel. Ganz oben bekommst du die drei neuesten Filme in der Videothek angezeigt. Darunter findest du, wie in den Mediatheken auch, Kategorien, in welchen du stöbern kannst. Hast du einen Film gefunden, der dir zusagt, tipp ihn an, gib deine Kaufpinnen oder, falls du hast, einen Gutscheincode ein und dein Film steht direkt bereit. Filmen kannst du während der Leihe außerdem downloaden und offline schauen. Tippe dafür auf den nach unten zeigenden Pfeil und wähle deine Sprache. Im Menü findest du den Film dann unter Meine Downloads. Und das soll's für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt weiter viel Spaß mit O2TV. Welches ist dein Lieblingsfilm? Schreib's uns gerne in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!